Ich bin Pramelia, komme von Waberen und mache Lichtabletzung beim STB. Wir leisten drei Helfer-Einsätze pro Jahr. Ich habe mich entschieden beim Geben zu helfen, weil das mal etwas ganz Spezielles ist. Man sieht Läufer und ist nicht immer nur im Stadion. Ich bin Larissa Geiger und mache Lichtabletzung beim STB. Sie leisten auch meinen Helfer-Einsatz. Unsere Aufgabe ist, die Läufer zu begrüßen. Dann sagen sie uns ihre Startnummern. Wir suchen sie hier heraus und erwähnen zur Kontrolle ihren Namen. Damit sie uns sagen können, dass sie die richtige Startnummer haben. Zusätzlich geben wir ihnen auch noch ein kleines Werbegeschenk für unsere Sponsoren. Ich bin Regulauxburg, ich komme von Ettingen. Ich helfe am Start seit etwa 13 oder 14 Jahren. Das Highlight ist der Startschuss bei den Kleinen, bei den Teddys, Koalas, Pandas und Grizzlies. Dort schudert es mich gerne. Wenn die nervösen Kinder hier vordran vor den Grizzlies, von den American-Footballspielern stehen und zappeln und ganz nervös sind. Und die Eltern sind noch viel nervöser. Das ist, finde ich, so. Das ist Hühnerhaut. Ich sehe wirklich alle die gleichen Leute, weil es fängt. Es ist eine gute Stimmung. Es ist witzig. Ich liebe das. Ihm. Hier bin ich in der Tür.